Es gibt so viele Sünden, die ich trage. Warum bist du so? Hallo zu Scratch, dem Interview mit der gelben Box. Heute mit Unique. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir haben dir was mitgebracht. Diese Box, die kannst du aufkratzen nach und nach. Und darunter werden Worte aus deinen Songtexten zum Vorschein kommen. Die, die du am allermeisten verwendest. Und noch ein paar andere Überraschungen. Okay. Zum Glück habe ich keine langen Nägel. Am Scratchen wie ein DJ. Genau. Kannst du schon erkennen, was es ungefähr sein kann? Meine Mutter. Hast du natürlich gleich das Krasseste am Anfang ausgesucht. Das ist ein Bild aus deinem Instagram-Feed. Was ist denn Familie für dich? Familie für mich hat sich irgendwie für mich ganz neu definiert. Für mich ist Familie akzeptieren, wer in deiner Familie ist. Und harmonisch mit deiner Familie zusammen zu leben. Deswegen sind zum Beispiel meine Freunde für mich auch Familie. Weil das eine Familie ist, die du dir aussuchen kannst. Ab wann hast du das Gefühl, jemand wird vielleicht Teil deiner Familie? Ich glaube, wenn ich merke, dass deren Absichten rein sind, weil sie in dem Moment einfach sie selbst sind. Und da kann ich nie jemandem böse sein. Selbst wenn jemand ein Arschloch ist, dann weiß ich schon, dass er ein Arschloch ist. Das heißt, ich würde ihm vielleicht sogar viel mehr vertrauen, als jemand, der die ganze Zeit nett zu mir ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, woran ich bin. Versuchen wir mal auf der anderen Seite oder so irgendwo, wo dieses Bild nicht so im Weg ist. Dann machen wir weiter. Wie oft habt ihr das selber geübt? Seid ehrlich. Das sagen wir jetzt mal nicht. Oh mein Gott, du machst richtig Muskeln. Zum Glück bist du sehr gut trainiert. Ja, du kannst. Kannst du schon erkennen, welches Wort das ist? Genau so? Ja. Richtig. Ich habe mir deine Serie, Becoming Unique, komplett reingezogen von Anfang bis Ende. Und was mich richtig krass beeindruckt hat, ist, wie genau ihr euch am Anfang diese Pläne aufgeschrieben habt. Hättest du jemals erwartet, dass ihr so genau arbeiten werdet? Nein, hätte ich nicht. Und das Krasse ist, das Leben sorgt ja immer noch dafür, dass die Dinge vielleicht viel krasser oder gar nicht so eintreffen, wie du sie auch aufgeschrieben hast teilweise. Ja. Aber der Weg geht trotzdem weiter und das ist das, was einfach krass ist. Ja. Das ist einfach, wer schreibt, der bleibt. Dann lass uns einfach zum nächsten Wort. Ich dachte auch auf den. Die Begriffe sind voll klar, ihr druckt Bilder aus. Ja, das Ding ist, je größer der Begriff ist, desto öfter verwendest du ihn auf deinem Album. Krass. Das gehört auch dazu. Flass. Genau. Lass ist das Wort. Was kannst du denn absolut gar nicht lassen? Was ich nicht lassen kann? Ja. Scheiße bauen. Nein, Spaß. Hast du schon auf Tour Scheiße gebaut? Hm? Hast du schon Scheiße gebaut? Wäre ich? Nein. Was? Scheiße, was ist das? Gibt es irgendeine schlechte Angewohnheit oder so? Ähm, lassen würde ich das Rauchen gerne. Ja, ja. Es gibt gerade so viele Dinge, aber ich kann dir nicht sagen. Das ist egal. Ich lass es mit dem Rauchen einfach. Kommentare? Genau. Das ist jetzt das erste Wort, was quasi nicht aus deinem Songtext ist, sondern das habe ich mir rausgesucht, weil dir das ein Fan mal geschrieben hat. Das war ein Kommentar oder eine Nachricht von deinem Fan an dich. Und sie hat geschrieben, du rappst heftig und das gibt mir Kraft. Ich wurde oft wegen meiner Figur beleidigt und habe oft geschwänzt, weil ich dachte, wozu das Ganze? Du ignorierst die bösen Kommentare gegen Mädchen und bist so selbstbewusst? Mach bitte weiter. Als du damals die Facebook-Videos von dir gepostet hast, die allerersten, wo du noch gefreestyled hast. Die Leute haben mich tot beleidigt. Ja, richtige Bastarde gewesen. Als ich die ersten Hater-Kommentare gelesen habe, die aber nicht für mich logisch Sinn gemacht haben, war ich raus. Ich habe das einfach ignoriert. Außerdem kriege ich viel mehr positive Sachen als negative Sachen. Ja, das ist noch alles gut. Na, das ist klar. Dann lass uns weiter kratzen. Ja. Ja. Genau. Das ist auch eines der meisten Worte gewesen, die du auf deinen Songs sagst. Wenn du so zurückdenkst vielleicht auch an deine Jugend oder aber auch was in letzter Zeit. zu was für einer Situation hättest du lieber mal Nein gesagt, wo du aber eigentlich Ja gesagt hast? Es gibt so viele Sinn, die ich trage. Ähm, ich hätte gerne Nein zum letzten Shot gesagt. Ich hätte gerne einfach andere Entscheidungen getroffen. Aber was ist so vielleicht eine Situation gewesen, die ein bisschen krasser war, wo du dir gedacht hast, okay, dazu hätte ich nicht so leichtfertig Ja sagen können. Es gibt so viele. Aber du willst hier die ganze Zeit die schlimmsten Sachen verwenden. Warum? Ja, ja. Warum willst du, dass ich vor Kamera sündige? Was soll das? Hey, lass mich in Ruhe. Alles klar. Ich kratze einfach weiter. Ich kratze einfach weiter. Sie kratze einfach weiter, wenn sie es nicht beantworten will. So ist das. Ja. Drama. Drama. Okay, sei ehrlich. Wenn man mit dir zu tun hat. Wenn man mit dir zu tun hat. Auf wie viel Drama sollte man sich einlassen? Oh Bruder. Ich kann ein Buch über mein Drama schreiben. Bei mir ist Film. Wirklich? Es ist einfach Film. In welchen Situationen machst du denn Drama? Drama, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Mit Männern. Dann machst du auch Drama? Ja. Aber einfach, weil ich das mag. Ein bisschen Action. Nicht so boring. Was ist los? Ja, ich bin ein bisschen behindert. Also das, was man auf der Bühne sieht, weil du hast ja auch viel Drama in der Show. So ist auch bei dir privat auf jeden Fall. Ja. Wir können ja gleich auf das Board, was direkt daneben ist, auch eingehen. Was ist das denn? Das hast du quasi freigekratzt. Versteht? Ich weiß es selber. Luft. Was ich besonders krass fand, ist, dass du auf einen Halbmarathon trainiert hast, weil du gesagt hast, du willst genug Luft für die Tour haben. Mhm. Jetzt bist du mitten in der Tour. Halbzeit. Wie viel Luft hast du noch? Ich habe so viel Luft, Digga. Ich glaube, dass ich dieses Adrenalin noch in meinem Körper habe. Hilft natürlich auch. Ja. Und die Energie einfach von meinem Publikum. Mein Tourmatch sagt auch die ganze Zeit so oft, Juni, versuch doch in ruhigen Momenten, bleib doch einfach stehen auf einen Punkt. Komm doch einfach runter. Genieß doch den Moment. Genieß doch den Moment. Und ich bin die ganze Zeit am Rumspringen. Ich habe zu viel Energie. Deswegen, ich habe alles richtig gemacht. Könntest du danach nochmal auf Tour gehen? Halbmarathon. Ja, direkt, Digga. Ich hatte vorher gar keinen Bock auf Laufen. Ihr versteht es nicht. Ich bin noch die Schlimmste. Auf Sprinten kann ich ganz gut. Das kenne ich. Aber lange Zeit. Du warst zwei Stunden. Ich wusste ja noch nicht mal, wie viel 21 Kilometer sind. Ich so, okay. Man macht, was man macht. Okay, ja, hilft mir auch viel Bino und so. Ihr solltet auf jeden Fall weniger Farbe benutzen. Ja. Danke für den Tipp. Das merken wir uns. Trag mir gleich meinen Arm. Bluff. Ja. Gab es irgendwann mal auch so eine Situation, so fake it till you make it mäßig, wo du bluffen musstest, um irgendwas zu bekommen? Sowieso. Es ist genauso wie zum Beispiel mit Haaren zum Beispiel, wo ich so auf, natürlich ist es mein Ziel, irgendwann diese Beyonce Haare zu haben. Aber die kosten voll viel Geld. Also fange ich erstmal low an, aber switch schon mal und versuche mir irgendwie eine Strategie zu überlegen, wie ich langsam dahin komme. Ist jetzt noch nicht perfekt. Es ist genauso wie mit dem Schminken. Ist noch nicht perfekt. Aber das Levels Unterschied. Ich komme dahin. Also fake it, dass ich mich gut schminken kann. Bis ich mich gut schminken kann, ich weiter ankomme. Fake it till you make it. Like, just get the bag. Und das Ding ist, irgendwann ist es ja deine Realität. Aber das ist eigentlich nur Manifestieren. Meine Beispiele, meine Bilder sind komisch, aber ich kann mich irgendwie anders nicht aufdrücken. Film. Dann passt das ja ganz gut dazu. Ganz genau. Welcher Film beschreibt dein Leben? Ich glaube, dieser Film wurde noch nicht geschrieben. Dieser Film ist so reckless. Dein Song, der heißt ja auch Mulan. Bist du Disney-Film-Fan? Sowieso. Auf jeden Fall. Aber ich bin sauer. Warum? Ich bin sauer auf Disney. Weil die, die haben uns einfach hochgenommen. Verstehst du? Wir gucken Disney. Wir sind richtig so auf. Oh mein Gott. Was? Als kleine Kinder. Wir kriegen alle Sticker von Disney. Wir freuen uns des Todes. Werd mal 14, 15 Dinge. Ich kenn keinen Prinz. Du? Deswegen bin ich so ein bisschen enttäuscht einfach von Disney. Dass sie die falschen Bilder in unsere Köpfe gesetzt haben. Weil es das so nicht gibt. Könntest du dir trotzdem irgendwann mal vorstellen, vielleicht so eine Titelmelodie für einen Disney-Film zu finden? Normal. Das sowieso. Flieg mit mir um die Welt. Sie gehört ihr Prinzessin. Du weißt selber Aladin besser. Aladin ist dein Lieblings-Disney-Film? Nein. Mulan. Ich liebe Mulan. Ich liebe, ich muss sagen Cinderella ist auch einfach nice. Bibbidi-Babbedibu. Ich bin noch so in einem Zwiespalt zwischen Sauer und eigentlich. Okay. Kannst du das schon so lesen? Nice? Ja. Nice. Du hast ja auch das Lied, Wer ist so nice wie ich. Ich finde, das ist ein krasser Kontrast, wenn du sagst, dass du früher eher lowkey unterwegs warst und so kaum zu deinem Talent stehen konntest. Was wäre so eine gute Selbstliebe-Übung? Ich glaube der Punkt kam dann, wo ich halt viel mich damit auseinandergesetzt habe, warum das bei mir so ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir einfach selber so Challenges gesetzt. An mich selbst. Was für Challenges? Und die habe ich dann auf Party einfach ausprobiert. Was für Challenges das waren? Warum bist du so? Eigentlich ist ja nur Selbstbewusstsein ja nur mutig sein, das zu tun, was du gerade fühlst. Was soll denn passieren? Es kann nichts passieren auf denen. Aber du wirst es auf jeden Fall nie herausfinden, wenn du es nicht machst. Okay. Also ein bisschen Scheiß auf die Angst und... Ja. Einfach Kickdarm. Cool. Ich erspare dir jetzt mal das weitere Kratzen. Ich habe nichts. Ich danke dir, dass du das mitgemacht hast, auch wenn das ein bisschen schwierig war. Lass dir ein bisschen Liebe für UNIQUE in den Kommentaren da und abonniert den Kanal, denn natürlich wollen wir mit dieser Box auch noch andere Künstler besuchen. Und bevor du gehst, muss ich dich bitten, diese Box das allererste Mal zu signieren. Genau. Oder was anderes drauf zu schreiben oder drauf zu malen. Okay, ich mache dich gerne an die Seite. Genau. Ich sehe so ein bisschen, dass es eine Schlange ist. Eine Kobra wahrscheinlich. Ja, das ist mein Unique-Zeichen. Sehr gut. Genau so soll es sein. So, danke und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Skiss, skiss, skiss. Bis zum nächsten Mal. Das ist dein Bist. Tünf. Und du bist zum nächsten Mal. Vielen Dank.